Das ist also das, was man dafür braucht, wenn man sagt, man möchte als Vlogger ein paar qualitativ hochwertige Videos machen und schön, dass ihr immer noch dabei seid. Das Basic-Item, was man benötigt, um Vlogger zu sein, ist ein Smartphone. Jedes erdenkliche Smartphone kann in der heutigen Zeit Videos aufnehmen. Umso neuer, umso besser natürlich. Katie-Nice-Dye filmt die Hälfte seiner Vlogs, wenn er Rennen ist, zum Beispiel immer nur mit seinem Smartphone, aber er hat allerdings auch ein iPhone X. Ich kann ja schon Kuchen backen. Nötigt man noch? Enthusiasmus, Kreativität, ein PC, Schnittprogramm. Das war's eigentlich. Sonst setzt ihr nur noch euch selbst durch eure Kreativität eure Grenzen. Was braucht man eigentlich als Basic-Vlogger? So, ich sollte hier mal gucken, ob ich was hier... Hurra! Das sieht doch geil aus. So, weiter geht's. Was benötigt man noch alles als Vlogger neben seinem Smartphone? Was man auch noch benötigt, wenn man sagen möchte, etwas qualitativ hochwertigeres machen, war, viele Kameras sind sofort über die Bildübertragung, wenn man ein Handy unterstützen möchte, wie die Sony Alpha 6300, 6500. Das ist ja eben, wenn man sagt, man hat neben den extra Moment, wo man sich sieht, weil viele Kameras haben keinen Flip-Out-Screen, wenige Screens im Rausklappen, wenn man sich selber sieht. Alternativ könnte man das jetzt über das Telefon sich anzeigen lassen. Man sagt, abschuldigt, das ist ja jetzt noch nicht irgendwo auf Google oder irgendein Tablet. Geht auch. Eine Kamera, Objektive, Fokus. Bei meiner Sony 6300, bei der 6500 und bei der 6000er ist das, naja, Pancake-Objektiv schon eigentlich, das 16-50-Kid-Objektiv dabei. Welches Optical Steady-Shot gebaut hat. Ja, was ist Optical Steady-Shot? Braucht man das überhaupt? Wenn man sagt, man möchte Blogger sein, ist der Optical Steady-Shot dafür da, dass das Bild stabilisiert wird. Die, also beziehe ich jetzt immer noch auf die Sony-Modelle, oder mein Sony-Modell, weil ich halt die Sony habe, die Sony Alpha 6000 und die 6300, haben keinen Optical Steady-Shot. Insight Stabilization ist nicht gebaut, da gibt es von Sony-Objektiven die 2SS-Modelle, z.B. das 16-50er hat, das ist das Kid-Objektiv. Das Objektiv ist übrigens auch sehr gut zum Vloggen, hat einen 16-Millimeter, ist das kleinste, ähm, Vokel-Lang, die es das Objektiv hat, bis 50, das ist okay, das Basic-Objektiv ist gut, man kann da mit Portraits schießen, man kann da mit Vloggen, weil es halt diesen Optical Steady-Shot hat. Ich würde hier mal ein Problem sehen, von dem Blutkoden, vor ein paar Wochen einbauen, wo ich mit meiner Freundin und der Familie, die den Blutkoden fotografieren, war, haben die auch gefilmt mit dem Objektiv hier, wir geben hier ein wunderschönes Objektiv mit dem Kid-Objektiv. Wir suchen den Blutkoden. Wir suchen den Blutkoden. Wir sehen den einfach nicht. Es sieht eigentlich aus, als wäre es eigentlich nicht bewölkt. Ich habe das Standard-Kid-Objektiv von der Sony LH6000er-Reihe, sprich das 16-50er. Mein Arm schreit gleich rum, ich glaube, die haben den Mond. Ja, und... Mal gucken. Oh nein, das ist nicht meine Marke. Was ist denn das für ein Brummer, Alter? Habe ich jetzt eine Biene hier drinnen? Wollt ihr mich flaxen? So, Biene ist weg. Oberstegen, oder? Ach ja, genau. Ja, man deckt relativ sehr viel mit dem Objektiv ab. 16mm ist fast schon weitwinklig, oder es ist schon sehr weitwinklig, weil da die Sony A6300 eine APS-C Kamera hat, ist das ja mal ein Clockfaktor von 1,5. Sprich, 16mm mal 1,5 wäre das die Focal-Rank, also die auf Vollformat. Sprich, es wären 24mm auf Vollformat. Und bei 50mm APS-C wären es 75mm Vollformat, weil 50 x 1 x 5 ist Mathematik. So, was benötigt man noch? So, und dann passen wir ja noch die Möglichkeit, als Vlogger zu sagen, Objektive. Kein V-Lock Objektiv, ein 85mm Samyang, ein Swimmerblender, das Video Objektiv, weil ich damit besser klar kam als mit dem Foto Objektiv. Das ist halt relativ lastig. Dann das Sigma 16mm 1.4 Rime-Ns Objektiv. Gefilmt wird jetzt mit dem 30mm, einfach weil ich das mit dem Witterschnitt etwas schöner finde, damit die Couch und die Lambo und die Gitarre dort hinten alles besser passt. Zum Vloggen empfiehlt sich logischerweise ein 16mm Objektiv, einfach weil man sagt, man ist Outdoor, man hält die Kamera an einem Gorillapod, den man eben auch noch braucht. Wenn man die Kamera dann an einem Gorillapod festmacht und sagt, hey, hallo, hier, ich film mich, dann hast du mit einem 16mm Objektiv einfach mehr Bildfläche, was abgedeckt wird. Sprich, ja, sieht schöner aus. Da wir allerdings da angefangen haben, von ganz klein auf angefangen zu arbeiten, mit dem Handy auf eine Kamera umsteigen, bei den wegen die 6300 oder 6500, ist allerdings schon wieder ein ganz schöner Kostensprung, muss ich sagen, reicht das Pan-Kit, also das Kid Objektiv völlig aus zum Vloggen. wenn jemand sagt, okay, ich möchte jetzt mich mehr der Fotografie widmen, für Landschaftsfotografie, Streetfotografie, je nachdem was man da machen möchte, 60mm, 30mm, wie was gerade gefilmt wird, für Portrait Shots 50mm, 85mm, für Portrait Shots 50mm, das ist ein Vintage Objektiv, von Minolta, das MD, und der Adopter von Gobe. Gobe ist nicht deutsch, aber ich pflanze für jeden Einkauf Bäume. Und für den Kauf dieses Adopters habe ich 5 Bäume gepflanzt. I can support that. Das ist der Hammer, es ist übelst viel Staub drin, aber ich meine, es ist 40 Jahre alt. Was natürlich noch geil wäre, dann sagt man mich dem Vloggen. Dann ist draußen. Ja, Nummer Uno, eine Kameratasche. Diese Tasche habe ich meiner Freundin abgeluchst. und ein Weißabgleich. Oder eine Graukabel für den Weißabgleich. Beim Vloggen ist es schon wieder schwieriger, weil draußen verändert sich die Sonne immer wieder. Jedes Mal einen neuen neuen Weißabgleich zu machen wäre sinnlos. Es gibt ja die automatische Abfrage von Sony zum Beispiel, die das relativ gut erkennt. Aber man verkennt halt, ob in der Hose liegt. Dass das Bild komplett eiskalt ist und wir äh... ja... Nice to have wäre. Wäre wie gesagt ein Stativ. Wäre ein... Kamerarucksack, der momentan in meinem Schulrucksack ist. Darf aber später mehr. Ähm... Nicht essentiell, aber sehr, sehr wichtig wäre... Strom. Sagt, wenn man jetzt draußen ist, es ist übelst hell. Aber so richtig... ja... Juni, zwölf Mittags Sonne, leugenloser Himmel, du guckst in die Sonne, wird ein Pernglas. Du brennst deine Hohenhaut weg. Aber... Du möchtest natürlich auf deinem 50. Sekunde Verschluss-Type-Film, weil du in 4K in 24 Bildern aufnimmst. Wie ich jetzt gerade. Ein... ein D-Filter. Ein Neutral Density-Filter. Der... Einfach das Bild dunkler macht. Dazu gibt's schon ein Video. Das ist oben links jetzt. Na ja. Egal. Das Video wird hier wahrscheinlich sowieso eher kommen. Also... Alles, was ich jetzt zeige, habe ich auch nochmal in die Beschreibung verlinkt. Das sind alles Amazon Rev Links. Also, weil ich mich in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollte. Außer mit einem Daumen nach hoch, Daumen nach runter, und eine Kritik voll im Kommentar, was ich verbessern kann, also in der Lichtsituation, am Ton verbessern kann, whatever. Könnt ihr darüber einkaufen. Ich klicke dann, wenn ihr irgendwas kauft, kriege ich zwischen 1-10% davon, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Also... Cent-Beträge. Es sei denn, ihr kauft euch natürlich irgend so ein High-End Gaming für 3000 Euro auf Amazon. Würde ich aber an eurer Stelle nicht tun. Weil sie sagt, ja, die Fotografie ist ja doch geil. Ich werde das mehr fotografieren. Und ihr seid richtig hart im Game. Wäre noch die Möglichkeit, auf einen Moralisations-Felder zurückzugreifen. Ja. Mehr... Wann hast du das Bild bringt? Das war's im großen Moment.